Hallo zu Fabius wieder ab der neuen Team zusammen mit dem Zürbenden WeHRLP jeder hasst mich jeder alle Schäfer verbreitet und schreibt mir gerade mal schreibt mir in Skype perverte E-Mails wow Boxto auf Gebäude das finde ich hat sich zu ihr seht wir wollen hier durch ist klar wir werden verbrennen und sterben jetzt hat es geklappt ja jetzt bin ich tot juhu wow oh Gott ja was bist du denn er ist ein Vieh in einer Blase das Feuersprung kann was ist ab wenn wir das Ding töten natürlich wir töten es mit Hilfe von oh Gott Katzen die auf meinen Schreibtisch bringen ich sehe gerade Mauszeige auf Doom auf jeden Fall sie nicht sehen ja oh mein Gott oh mein Gott das Fiecht zündet uns an dann werden wir dich leider töten müssen Fiecht 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 TIRP Es ist auf Doom ok ists klar ja das辣 ich auch Juhu was könnten wir da drauf stellen ich weiß es weiß es du Oh, ich sehe gerade, wir haben ein Skype-Technisches Problem. Ja, ich werde angerufen. Okay, hallo Reebok. Ja, unser Hintern, es tut mir leid. Reebok legt einfach auf. Moment, ich muss ihm ein Bild geben. Es kann sich nicht loswerden. Scheiße, es tut mir so leid. Was hast du getan? Ich wollte nur, weil ich gerade nebenbei mit Lost, ja, Lost, schreiben musste, dass ich tärben soll, oder tärben soll. Ja, ich wollte wieder auf deinen Kanal draufklicken, stattdessen drücke ich auf dieses rote Hörer-Symbol und auf einmal, ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, das ist richtig. So, das sind zwei Schafklau. Töte sie. Ich werde sie töten. WeHawk LP macht auch den Augen kaputt. Ja, es tut mir so leid. Ich hättet euch, macht keine LPD mit WeHawk. Er legt einfach auf. Ja. Wenn ich keinen Schafklau mehr habe, dann lasse ich euch fallen wie eine heiße Kartoffel. War mir ernst. Ja. War der wunderschönen Skype-Anlauf-Sound jetzt auch im LP gehörst. Der muss mich vielleicht rauspiepen. Ja, warum nicht? Oh, er hat's damit, oh mein Gott. Ist das nicht wunderschön rausgepiepen? Ah, wunderschön. Haha, ihr habt den Gehörgang des WeHawks zerstört. Ja. Du verdammter Piep. Ich glaube, ich piep. Du piep. Ich piep. Piep. Soll ich nochmal piepen? Nein, lass es. Bitte. Ja. Das kann. Stürb, Dino. Nimm deine Coile weg. Brauch ich nicht. Wenn du möchtest, darfst du auch mal piepen. Das kann ich nicht. Piep. Piep. Ja. Juhu. Juhu. Du darfst es erst mal vorlesen. Oh Gott. Wie rede ich jetzt am besten? Weiß es nicht. Schlau. Sie ist wunderschön. Fax ist so begeistert. Okay. Vollein, Katurgeist. Aber wie schaffe ich meinen da rein? Oh Gott. Ich werde nicht... Oh nein. Was ist das satanische Botschaft? Lese ich hier nebenbei von Chaser Man. Lass dir gerne mal vorlesen. Ich werde nicht hinterher weinen. Dann nimm ihn doch für dich. Behalt ihn doch. Ich will ihn gar nicht mehr. Das meinte Chainsaw Man zu Arknall. Während wir eigentlich etwas von der Story hier erzählen müssten. Peppy hier. Du, Aberry Roll. Was zum Hänger treibst du da von uns? Entlasse den Geist und dann verschwinde. Peppy, out. Okay, okay, ich gehe ja. Ich möchte auf das hier hinweisen. Arknall schreibt gerade, dass er mich auch nicht will. Ich will. Dann wird es Zeit... Nein, aufzulegen. Aufzulegen. Nein. Einmal. Voraufnahme reichen. Wir haben die ganze Story von eben verkrutzt. Aber hey, Kat. Warum nicht? Wir haben doch fast keine Hobbys. Ja, das stimmt. Deswegen sind wir ja Let's Player. Richtig. Lalalalalalalala. Oh, nein. Oh, nein. Der hat Fox gefressen, die Sau. Spuck ihn wieder aus. Aber bitte nicht kotzen. Mir ist schon schlecht. In welche Galaxie gelangt er denn jetzt? Und wie wird Fox irgendwann begrüßt werden? Ah, ein Gestaltmensch. Right there, Fox. Time for you to have a whole thing. Ich glaube wohl auch, dass wir hier oben etwas alt positionieren. Okay, big fella. Ja. Schillst du mich? Du frecher kleiner Naseweiss. Also, das hier habe ich für dich aufbewahrt. Du sollst es nun bekommen, da du es gut gebrauchen kannst. P-p-p-pisserbeutel. Ultimative Brötchen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Sterb! Schmeiß. Was kann der Pisserbeute? Er kann 100.000 Pisser fassen. Oh mein Gott, ich soll die Starttasten drücken. Oder auch nicht. Du es nicht. Starttasten auf du. Ich habe es nicht getan. Mal gucken, was ich wieder aufhören. Warum hast du es nicht getan? Hey Fox, nur eine Barrelroll. Ja. Ist klar. Ich hoffe, das hilft dir, Fox. Das ist egal. Sie sagen alle nur Bärrelrollen. Ja, das schon. Boah, nein. Boah. 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 Of any age Or for every taste Please excuse us If you are not interested Beautiful Russian ladies Auf Werbung Ich glaube das reicht Um zu verstehen Besucht www.http.com www.ark9917ladies.com Richtig Ja Ja jetzt wisst ihr was ich täglich in Skype für Anfragen bekommen Ah, geweckt Geweckt im Bild Young Hut Teams are waiting for you Okay, bevor WeHot jetzt nicht WeHot jetzt nicht WeHot jetzt Geht so nicht so greifen Ich arbeite Tut mir leid Das war ohnehin Wie alles heute Ein bisschen seltsam Ja Ich würde sagen Wir sehen uns zunächst Part Ich bin Ake 97 Und dich bin WeHot LP Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss